Alter Leute, wir haben hier voll was krasses gefunden hier man, wir müssen jetzt hier mit Backrooms erkunden, Backstage unterwegs. Das ist hier wirklich ganz gefährlich, guck mal hier, oh Alter. Was ist das, ist ein Bahnhof? Da kommt ein Zug! Wollen wir mal einsteigen? Ja, ich weiß, es kann wirklich ganz gefährlich sein, ich weiß ja nicht. Komm, gehen wir mal rein hier. Gehen wir mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, wo geht es hin? Wo geht es hier hin? Oh shit. Oh Gott, ein anderer Zug. Wo fahren wir denn hin, Alter? Oh mein Gott, es geht los! Oh scheiße, Mann. Alter, was macht ihr? Hört mal auf, hört mal auf euch zu slappen hier, es geht nicht. Hey, ihr seid rot, hab ich gerade gelesen. Hat irgendwas rot geleuchtet, da sind rote Lampen? Scheiße! Oh oh, oh oh, ich glaube es ist hier. Oh nein. Hey, wo geht es hier hin? Nö. Pool Rooms? Okay Leute, wieder rein hier, rein hier, oh fuck. Ne, wartet doch mal hier kurz. Oh scheiße! Ey, ihr kleinen Peaches! Komm Leute, der Zug, du müsst ihr ihn einholen. Scheiße. Das wird glaube ich nichts. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber, der fährt wahrscheinlich in die Richtung zurück. Oh scheiße! Ahhhh! 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 Oh Leute, hier! Komm schon, ich hab so ein richtig kribbeliges Gefühl in den Eier hier! Oh shit, der hat Licht! Nein, nicht der... Alter, was ist das? Ach du Scheiße, nein! Der ist jetzt wohl tot. Naja, ich hab den eh noch eh nicht gemocht. Vielleicht finden wir ja Meckes oder so mit Big Macs und so. Oh je, jetzt können wir mit dem fahren. Scheiße! Bahn! Ich darf's dir nicht verpassen! Oh! Holy shit! Das ist noch geschafft hier! Das war ein knappes Ding hier. Oh Mann, wo geht das denn hin, Alter? Scheiße! Hier ist auch schon überall Blut im Zug, Alter! Was ist denn hier passiert? Was ist das hier? Oh, was ist das denn? Digga, ich glaub der arbeitet hier! Von Ketchup, Alter! Ja, gestern hast du noch Rotkohl! Denkt dran, Blutspinn! Aber! Wenn wir tausend Abonnenten schaffen, dann sieh ich mir ne Glatze! Wir sind auf einem guten Weg! Wir haben mittlerweile mehr Proverbs gemacht, als in den letzten 10 Jahren meines Lebens! Ey, Sir! Kannst du vielleicht ein Big Macs? Ich grüße KillerCat und QubyCat! Oh, das ist ein Bier! Das filme ich mal wieder! Ich meine Füße! OnlyFans! OnlyFans! Check! Füße? QubyCat und KillerCat! Promote mal meine Videos! Das ist ja voll frech! Guck mal wie da am Geiern ist! Er wird tausend Abonnenten schaffen! Das sieh ich! AAAAAAAAHHHHH! AAAAAH! 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 Alter, hinter dem Typen war ja hier der... Burger King Typ! Was macht denn der Magus? Wo geht der hin? Hallo, ich will einen Big Macs! Es geht so! Ich will... Hallo, ich will einen Big Macs! Digga, der hat Angst! Der versteckt sich hier die ganze... Ich glaube, der hat Angst vor irgendjemandem! Burger King... Mensch... Oh! Alter, der ist ja voll aggressiv! Komm das mal hier ein bisschen zurück! Ein bisschen zurück hier! Ich glaube, der will das hier verschwinden! Alter, was ist das denn? Ey, hast du was gesehen hinter der Ecke? Was war das denn? Ich glaube, da war ein Clown! Hehehehe! 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 Oh mein Gott, was ist das? Hehehehe! The fuck? Wo kommt Ronald McDonalds her, Alter? Der prügelt sich mit dem... Oh, ach du Scheiße! Hehehehe! Hallo! Hallo! Äh... Gibt's hier... Big Macs? Hehehehe! So'n freshen Big Macs aus der Soulstock Bastards! Richtig fresh! Richtig fresh! Big Macs! Richtig fresh! Guck hier so auf der Soulstock Bastards! Big Macs! Guck hier so wie die... What the fuck?! Die sind richtig sauer! Oh mein Gott! Die erobern den Magas! Oh... Aua! Shit! Die sind sauer! Oh, der hat mich geslappt! Oh fuck! Was ist das mit ihm? Ich hab das Gefühl, Burger King möchte Magas übernehmen! Guck mal, wie er endlich steht! Aua! Aua! Ihr kleinen Peaches! Kriegt hier keinen Backpack! Es ist der Magbagger geladen! Gehört euch nicht her! Alter! Wie viele sind denn da?! Oh mein Gott! Oh shit! Oh shit! Ronald McDonalds rollt hier ja richtig den Laden auf! Warte! Aaaaah! Hehehehe! Oh shit! Hehehehe! 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 Und von gut könnten! Aber! Wenn wir tausend Abonnenten schaffen! Passier ich mir ne Glatze! Hehehehe! 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 Run it! Rett euch hier! Run it! Run it! Der is richtig sau auf dich! Hehehehe! Oh fuck! Hallo! Aaaaah! Hehehehe! 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 Ah, Spohre! Ah, Aua! Aua! Oh, fuck! Ah! What the fuck? Oh, Gigan! Was machst du hier bei Magus? Ja, dass du bei Magus bist, das wundert mich nicht, TK. Wir pfeifst dir wieder die Big Macs rein! Nein! Das funktioniert, aber... Aber ich kann's ja... G-Man! Ey, G-Man! Digga, was machst du hier? G-Man, das ist hier... Pitch! Oh, ist das etwa Wurmy? Hast du grad einfach Wurmy aufgegriffen? Oh! Oh, das war wohl! Oh, das war richtig! Ach, groß, richtig sauer! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Er hat Ronald getötet! Trashin' Big Mac aufs Zollstau. Der hat grad 360 gemacht. Er wollte grad 360 machen bei mir. Wo ist der fuck? Crackmire! Oh, Crackmire! Irgendwie Crew da hinten los! Oh, what the fuck! Digga, er macht einfach den Kuchen-TV! Ja, das Video wird auf jeden Fall gestrikt! Oh, mein Gott! Das war keine... Er ist dann getötet. Ich zieg dich... Ich zieg dich leid! Oh! Ich zieg dich leid! Oh, scheiße! BITCHÖN! 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 Oh fuck! Oh, scheiße! Oh mein Gott! Ich will mich richtig bis wegslappen! Oh scheiße! BITCHÖN! NEEN! Bitteeeeeee UI Oh, fuck. Wut daem Vo.... Hey, petit señor... Weihnachtsmann ist hier! Hast du noch bisschen bis Weihnachten? DOCH.. Äh, Digga, du bist so fett! Du siehst aus wie ein fetter Master. Oh fuck, nein. Du siehst aus wie ein fetter Master. Scheiße. Oh fuck, oh fuck. Kommt da was? Oh Bunga! Scheiße, der Bunga ist auch hier. Da hier ist kein Schornsteinweihnachtsmile, kommst du nicht weg. Oh, Emokos. Oh shit! Oh oh. Oh fuck, oh fuck. Nein! Nein! Oh fuck. Hier ist ein Nerd. Weil der fette Nerd ist hier. Oblunsen! Oh, alles safe, alles gut. Es ist richtig fast dahinten. Es geht nicht. 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 Oh fuck. Oh Gott, nein. Hier ist etwas krasses. Oh, was sind die für kranke Sachen hier hinten. Oh, ich hab mir voll krasses Sachen hier hinten Pulums gefunden. Oh. Oh. Oha, Björn kommt. Björn kommt. Obunga. Oh shit. Oh shit. Oha, er schmatzt Obunga ab. Er hat mir richtig Kills denn gegeben. Oha, die Bumsen glaube ich. Oh ne. Oh mein Gott. Oh fuck. Björn, bitte nicht. Björn. Es sind zwei. Kibikoi, sie haben sich multipliziert. Ach du Scheiße. Hey Leute, mein Kollege kann einfach Batfleet. Mach. Boah, das war krass. Ich bin heute Abend live auf Twitch, schaut da mal vorbei. Danke meine Kanalmitglieder, saftige Bananen, Yadi555 und Killercat. Und danke meine freshen Bananen, MomoDiviluke, KinoSkateboard22, Natty, PioPio, Michelic, Lakavia187, Nikolos, GloboloPC und DeathDragons. Haut rein bis zum nächsten Video. Äh.